Wie viel habe ich noch? Elf, okay. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn und elf. So, dann könnten wir jetzt mal wieder nach unten gehen und die nächsten Glasportionen uns besorgen. So. Das sind dann neun. Und dann sollten wir uns auch mal wieder Sand besorgen. Und da haben wir da hinten ja eigentlich gesagt, wir haben da unsere kleine Sandmine. Also was heißt Sandmine? Wir haben da eben unseren Sand. Hallo Ratte. Okay. So. Das könnte man mal essen. Gibt immerhin zweieinhalb, statt bei Brot nur zwei. Und hier oben werden wir jetzt mal einfach diesen Sand abarbeiten, den wir da schon halber reingelaufen sind. Wobei ich gerade noch ein bisschen am Überlegen bin, ob wir da wirklich komplett reingehen müssen. Und dafür nehme ich aber die Schaufel, die ich mir hier gemacht habe. Habe ich Steine dabei? Ja, ich habe Steine dabei. Das heißt, ich kann mir sogar noch ein paar Schaufeln machen. Nein, du, du die Hälfte. Einmal, zweimal. So. Du kommst natürlich weg. Und dann mache ich hier eins, zwei. Und dann mache ich mir hier noch zwei Schaufeln. Das Holz kommt weg. Ich habe hier noch Holz. Das ist ja toll. Und zack, das Glas kommt weg. Wobei eigentlich die Wolle weg wäre besser. Dann mache ich das Holz noch hier oben hin. Das Holz mal da unten hin. Und dann fangen wir hier mal an, ähm, Sand zu sammeln. Dazu setze ich mich jetzt erstmal anders hin. Und zack. Zack, zack, zack. Zack, 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 zack. So. Machen wir erstmal hier oben vielleicht weg. Da ist die nächste Schaufel. Machen wir vielleicht erstmal hier oben weg. Einfach, damit wir hier, ähm, ein bisschen Platz haben. So, und dann können wir eben drüber nachdenken, ähm, das nächste wegzumachen. Allerdings machen wir dann erstmal wahrscheinlich hier die Kuppen von oben runter. Quasi bis zu dem Wüstenstein. Das muss hier auch nicht sein, dass auf dem Wüstenstein quasi unnötig Sand rumliegt. Man kann schon machen, aber muss es nicht. Wobei ich da natürlich auch ein bisschen hadere, weil das ja quasi direkt bei uns vorm Haus ist. Und ich weiß nicht, ob ich da unbedingt, ähm, die Umwelt zu verunstalten muss. Auf der anderen Seite, naja, wie gesagt, der Sand hier, das ist mir eigentlich relativ gleich. Da fangen wir doch mal mit dir dann an. Wie gesagt, das... Ja. So, so. Da gehen wir vielleicht doch mal ein Stück nach hinten und dann tragen wir da quasi ab. So. Das machen wir, bis die Schaufel hier weg ist und dann können wir auch schon wieder ganz gemütlich zurückgehen und das Glas ein bisschen... Echt, ist es nur so wenig Glas? Äh, so wenig Sand. Ich dachte, wir hätten schon mehr gesammelt. Oder es ist ein Stapel, der halt drinnen ist. So. Ähm, dann haben wir auf jeden Fall wieder genug für ein bisschen Glas zum Schmelzen, Brennen, was auch immer. Und dann wird's für uns auch langsam an die... an die Zeit, genau, an der Zeit. Ähm. Wie nenne ich das? Ja, das reicht jetzt erstmal. Ähm. Wird's für uns auch mal langsam an der Zeit wieder auf Kohlejagd zu gehen, glaube ich. Und wir haben ja auch noch so eine lustige Höhle. Dafür wären jetzt Mobs natürlich super. Wobei ich ja bisher nur friedliche Mobs jetzt hab. Ähm. Ich hab auch noch eine andere Mod... äh, Mobs-Pack. Also Animal... Animal-Pack nennt sich das, glaube. Animal-Mod-Pack. Keine Ahnung. hab ich installiert. Aber da finde ich irgendwie die... die Tiere so ein bisschen, naja, grenzwertig, sag ich mal, grenzwertig. Ähm. Hier mach ich vielleicht mal mit der Axt. Geh mal mit der Axt hier durch. So. Zack, 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 zack. Zack, zack. Zack. So. Ich säbel die hier unten ab, weil ich dann quasi im Prinzip schon alle krieg, alle die da drüber hängen. Finde ich sehr sympathisch. So. Dann knallen wir dich doch mal da rein. Ah, da ist gar keine Kohle mehr. Okay. Dann knallen wir dich doch mal da rein. Und knallen wir dich da rein. So, wie gesagt, da ist gar keine Kohle mehr. Die andere Kohle geht auch zur Neige schon. So. Nehme ich dich gleich mit. Hier habe ich noch zwei Kohle. Die können ich eigentlich da gleich reinpacken. Nehme ich dich auch gleich mit. Und den Rest lassen wir jetzt einfach mal brennen. Und dann machen wir da oben bei unserem Glasstockwerk einfach weiter. Einfach, weil ich da total Lust drauf habe, endlich hier eine Wohnung mit einem Glasstockwerk zu haben. Da kommt Holz hin. Zack, 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 zack. Zack, zack, zack. Zack, 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 zack. So. Da, 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 da. Und das war's schon wieder. Jetzt geht echt ratzfatz mit dem Glas loswerden. Das ist unglaublich. So. Da sind wir hier bei 15. Da müssten da drüben ja auch ähnlich viele sein. Zack. Und dann geht's auch schon wieder hoch. Ich könnte mir eigentlich eine Leiter setzen. Bloß für diese Bauarbeiten. Quasi so eine Art Baugerüst. So. Zack und zack. Und hier außen kommt ja dann Holz hin. So. Und dann kann man hier quasi im Prinzip schon wieder weitermachen. Zack, 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 zack. Da geht's nicht weiter. Da komme ich nicht hin. Zack, 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 zack. Und dann können wir auch schon wieder nach unten rennen und die nächste Furi-Glas holen. Schon fast. So. Zack, 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 zack. Und zack. Und da, und da. Und die nächste Furi-Glas sollten wir uns holen. Und da hinten haben wir auch wieder Licht. So, 21, das klingt gut. 23 klingt auch nicht so schlecht. Und dann machen wir hier doch mal die Tür auf und flitzen hier mal schnell hoch. Und sind schon wieder oben. So. Genau. Und was ich hier dann machen wollte, war quasi... Ähm. Einmal. Ja, weiß ich nicht, ob ich das wollte. Wollte ich da Glas hinsetzen? Also hier wollte ich es auf jeden Fall nicht. Ich wollte auf jeden Fall hier die Außenwände, will ich auf jeden Fall Holz haben. Das ist schon mal definitiv sicher. Dass ich bei den Außenwänden Holz haben möchte. So. Da weiß ich es nicht, ob ich da Holz oder Glas wollte. Das ist eine Innenwand. Da kann ich an und für sich schon Glas machen. Zack. Und dann wollte ich quasi hier Bam, bam. Bam, bam. Bam sagen. Und bam. Und hier. Und hier. Und hier. Nein, so nicht. Das wäre zu viel. Wobei ich da jetzt noch echt schauen muss, ob ich das in meiner Beispielwelt genauso gemacht habe. Ich bin mir da gerade gar nicht so sicher. Auf jeden Fall hat man dann ein schönes Glasgeländer. Vielleicht habe ich hier auch wirklich Holz gemacht. Ich weiß es gerade echt nicht mehr. So. Da hinten kann ich natürlich dann noch mit diesen Dingern hier auch noch Holz reinsetzen. Dann haben wir den Spaß nämlich auch erledigt. So, dann sind wir hier schon mal zu. Hier fehlt noch ein bisschen Holz. Und ich denke, wir müssen uns dann echt Holz holen gehen langsam. Weil das Holz jetzt natürlich wieder ausgeht. so, zack, 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 zack. Da, 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 da und da. Wie viel habe ich noch? 20. Das ist okay. Machen wir vielleicht erst mal die Schiene hier. Fluff, 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 Fluff. Du kommst wieder weg. Und dann machen wir hier mal zu. Von außen da rein und hier rüber. Genau. Und dann kommt ihr beide noch hier hin. Zack. Und da, da. Und die nächste Fure Glas sollte sich besorgt werden. So. Da sind wir fertig mit den Glasen. Und hier haben wir auch nicht mehr so viel. Ähm, eigentlich ist es dämlich. Eigentlich machen wir das am besten so. Und dann sind wir auch schon gleich mit dem Boden fertig. Schon fast. Zumindest hier drüben. Ne, ich glaube, das wird schon noch einiges. Zack. Da, genau. Fluff, Fluff, Fluff. Zack, zack. Und zack. Na, komm. Zack, 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 zack. Und. Egal. Da, da, da. Da, da, da. Und da, da, da. Da, da. Da. Na, komm. Zack, zack. Mit dem Glas sieht man das viel schlechter, wo jetzt eigentlich der Ansatzpunkt ist. Deswegen sieht man auch nicht immer, ob man da hinkommt oder nicht. Aber das ist ja kein großes Ding. Wir kriegen das ja trotzdem alles gebacken irgendwie. So, wie viel habe ich noch? 32. Das ist doch super. Ähm. Quatsch. Stich wollte ich da wegmachen. Zack und zack. Zack, sind wir hier so gut wie fertig. Und dann wird es hier jetzt noch eine bisschen größere Baustelle. Bam, bam, bam. Und dafür müssen wir uns aber definitiv nochmal Sand holen. Wie gesagt, mit den Sandmonstern war das an und für sich ganz nett, weil du bist einfach ein bisschen rumgerannt und hast quasi für jedes Monster, das du umgebracht hast, drei Sand bekommen. Zack, 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 zack. Zack, 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 zack. Und dann müssen wir uns demnächst auch Holz besorgen. Wenn ich das so richtig sehe. Weil wir natürlich auch kein Holz mehr haben. Genau. So. Ich bin jetzt einfach mal kurz im Keller am Schauen, ob wir vielleicht doch noch Holz haben. Aber nein, wir haben kein Holz mehr. Habe ich noch Stäbchen? Stäbchen habe ich auch keine mehr. Das schmeiße ich nicht weg. Ih, Ratten im Keller. Das gibt es nicht. So. Können wir nicht einfach Ratten im Keller haben. Dann gehen wir doch mal wieder Sand uns besorgen. Vielleicht gehen wir diesen mal für den Sand quasi direkt vor die Haustür. Nämlich im Prinzip hier hin. Und pflücken hier ein bisschen hier den Sand weg. Das ist vielleicht gar nicht so schlecht. Was ist denn das? Screwdriver. Okay. Ich habe ja jetzt natürlich wieder keine Stäbchen. Dann müssen wir eben mit der Hand diesen Sandhaufen hier abtragen. Das geht bei Sand, ja. Bei Sand ist es nicht so kompliziert. Der Sand halt auch nicht so fest ist. Das wisst ihr alle selber, wenn ihr mit Sand arbeitet. Da braucht man eigentlich im Prinzip keine großen Schaufeln. Kann man auch mit der Hand alles machen. Man macht sich halt die Hände schmutzig. So, da hinten ist dann auch unsere super, super Höhle. Das ist dann auch vielleicht gar nicht so schlecht, wenn wir da hier quasi ein bisschen den Berg im Weg aus dem Weg räumen. Dann machen wir die Erde hier halt auch mal weg. Dann sehen wir da hinten auch gleich immer, wo unsere Höhle bzw. unsere Mine ist. In die wir jetzt demnächst übrigens auch mal wieder gehen sollten und könnten. Einfach, weil wir auch wieder Kohle brauchen. Da, da sind ja zehnmal sie zu covering. comprehend wie ein paar Hähle. B gilt. Vielen Dank.